Unglaublich. Die Ergebnisse zur Europawahl in Deutschland sind da und sie zeigen eine dramatische Verschiebung der politischen Landschaft. Die etablierten Ampelparteien, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, stehen vor einer massiven Niederlage, während die Alternative für Deutschland große Gewinne verzeichnet. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die CDU, traditionell die stärkste Kraft im konservativen Lager, führt mit 30 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz liegt überraschenderweise die AfD mit 16 Prozent, gefolgt von der SPD mit 14. Die Grünen erreichen nur 12 Prozent, die Bürger für Sicherheit und Wohlstand steigen neu ein und landen direkt auf dem fünften Platz mit 6 Prozent. Die FDP folgt knapp dahinter mit 5, während die Linke mit lediglich 3 Prozent abschneidet. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Ampelparteien gemeinsam nicht einmal ein Drittel aller Stimmen auf sich vereinen können. Besonders alarmierend ist der Absturz der Grünen, die ganze 8 Prozent ihrer Wähler verloren haben. Dieser Rückgang spiegelt sich auch im Kreise der jungen Wählern wieder, wo die Grünen um über 20 Prozent abgestürzt sind. Im Gegensatz dazu konnte die AfD 12 Prozent der jungen Wähler für sich gewinnen, was einen klaren Trend hin zu einem rechteren politischen Spektrum unter jungen Menschen zeigt. Die Ursachen für dieses Ergebnis sind vielfältig. Eine wichtige Rolle spielt die allgemeine Unzufriedenheit mit der politischen Führung und der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die Bürger haben das Gefühl, dass die etablierten Parteien keine klaren Visionen und Lösungen anbieten können, insbesondere in Bezug auf drängende Probleme wie Klimawandel, soziale Ungleichheit und Migration. Die AfD und andere Parteien profitieren von dieser Unzufriedenheit. Die SPD und die Grünen versuchen, die Niederlage herunterzuspielen und nach Schuldigen zu suchen. Doch die Ergebnisse der Europawahl zeigen deutlich, dass die Bürger einen Wandel wollen und nicht mehr bereit sind, die Politik der etablierten Parteien zu akzeptieren. Es ist ein deutliches Signal für einen politischen Wechsel und eine Abkehr von den bisherigen Machtstrukturen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Ergebnisse auf die politische Landschaft in Deutschland auswirken werden. Doch eines ist sicher. Die Europawahl hat gezeigt, dass die alten politischen Paradigmen ins Wanken geraten sind und dass die Bürger bereit sind, für Veränderung zu kämpfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.